Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von meinen Top 5 Mods der Woche für Jurassic World Evolution. Ich habe natürlich wie immer alle Mods für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also wenn euch die ein oder andere Mod gefällt und ihr die mal ausprobieren wollt, guckt einfach unten in die Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir direkt an. Und dann kommen wir auch schon zu meinem Platz Nummer 5. Dafür gehen wir jetzt auch gar nicht ingame, weil das ist wirklich nur eine kleine, aber feine Mod, die eine sehr interessante Sache macht. Ihr seht ja schon den Namen hier, Shale for all Islands. Shale ist Shifa, das kennt ihr sicherlich. Das kann man, glaube ich, nur auf zwei Inseln so benutzen. Finde ich sehr, sehr schade. Isla Penna und Isla Sorna, 1993 glaube ich, sind die beiden Inseln. Finde ich sehr, sehr schade, dass man diesen Shifa-Untergrund leider nur auf diesen beiden Inseln verwenden kann. Das ist ja so ein bisschen, ich würde sagen Kies fast, ne? Also so ein bisschen Steinchen halt und sowas. Finde ich sehr cool, den Untergrund. Aber ich verstehe bis heute nicht, warum dieser Untergrund nicht auf allen Inseln verfügbar ist. Gerade im Sandbox-Modus will man ja alles verfügbar haben, aber keine Ahnung, was sich die Entwickler da von Frontier beigedacht hatten. Aber diese Mod ändert das Ganze. Allerdings hat sie auch ein kleines Manko und das seht ihr ja unten in der Beschreibung. Diese Mod ersetzt die Dirt-Texture. Das heißt, wenn man diesen Shifa haben möchte, dann kann man keinen Schlamm mehr benutzen. Also diesen Schlamm-Untergrund. Und das finde ich schon wieder sehr, sehr blöd. Weil das heißt, man kriegt zwar diesen Shifa, aber hat dann im Endeffekt den Schlamm nicht. Und es wäre halt besser, wenn das wirklich hinzugefügt werden könnte. Und ich weiß, dass es mittlerweile ja möglich ist. Weil ich meine, es wurden ja auch zum Beispiel in der Jurassic Park-Ära die Jurassic World-Sorien und sowas eingefügt. Also es wäre echt cool, wenn diese Mod noch ein bisschen weiterentwickelt wird. Und dann, dass man Shifa auch zusätzlich noch zu dem Dreck verwenden kann. Und nicht, dass das Ganze ersetzt wird. Aber trotzdem, ich muss sagen, dennoch eine sehr coole Mod. Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und die hat Potenzial. Ich hoffe, die wird noch so ein bisschen geupdatet. So, dass man das dann wirklich auf allen Inseln hat. Und deswegen ist diese Mod auch ein verdienter Platz 5 für mich. Und dann kommen wir hier auch schon zu meinem Platz 4 für diese Woche. Und ihr seht schon im Hintergrund, diese Mod heißt Dinosaur Binomial Names. Und was diese Mod macht, ist auch relativ simpel. Denn sie ändert sozusagen die Namen der Dinosaurier in den vollen wissenschaftlichen Namen. Zum Beispiel wird der Velociraptor in den Velociraptor Mongoliensis geändert. Das heißt, es ist der volle wissenschaftliche Name. Finde ich, ist für kleine Dinosaurier-Freaks, die sehr viel Wissen über Dinosaurier oder die ihr Wissen noch erweitern wollen, eine sehr coole, nette Mod. Ist auf jeden Fall eine coole Idee. Und deswegen ist es auch, verdient man Platz 4. Ich kann euch das Ganze hier ingame nochmal zeigen. So sieht das dann aus. Zum Beispiel Acrocanthosaurus Atokensis. Oder Archeoornotimimus Asiaticus. Also es ist sehr kompliziert. Aber ich glaube, für so kleine Freaks, die sich gerne damit auseinandersetzen, auch mit den richtigen wissenschaftlichen Namen, ist das echt eine coole Sache. Ich persönlich würde es jetzt für mich nicht installieren. Aber ich fand die Idee sehr cool. Und deswegen hat es das bei mir auf Platz 4 der Mods der Woche geschafft. Die Mod ist, glaube ich, auch schon eher rausgekommen. Wurde aber geupdatet in dieser Woche. Deswegen habe ich sie mit reingenommen. Ihr seht jetzt auch hier, die Namen werden auch korrekt angezeigt. Bei so Aufträgen und sowas, die man dann ingame bekommen würde. Also das wurde alles perfekt angepasst. Ich werde die Mod jetzt auch nicht ingame nochmal ausprobieren, weil ihr seht es ja ganz gut hier auf den Screenshots, wie das Ganze funktioniert. Und für mich ist Dinosaur by Nominal Names ein verdienter Platz 4. Und dann kommen wir auch schon zu meinem Platz 3 für diese Woche. Und das ist die Walking with Dinosaurs Iguanodon Skins Mod. Das heißt, das ist eine Mod, die neue Iguanodon Skins einfügt. Ich finde den Iguanodon als Dinosaurier echt mega cool. Allerdings waren die Standard Skins im Game jetzt nicht so mega spannend. Und jetzt haben wir Walking with Dinosaurs Skins. Die finde ich sowieso immer sehr cool, weil die halt aus der Dokumentationsreihe, würde ich jetzt sagen. Ja, das kommt, glaube ich, ganz gut hin, als Beschreibung ja sind. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt mal den Standard Skin frei. Ich habe zwei vorbereitet. Die anderen laufen schon frei im Gehege rum, damit das Ganze gleich schneller geht. Und ich finde die wirklich richtig cool. Werde ich auch auf jeden Fall installiert lassen in meinem Spiel. Die sind halt alle so mit Streifen ein bisschen mehr. Ja, das finde ich schon echt cool. Also, mega. Coole Skins. Sind auch sehr hochauflösend. Ich habe mir die gerade schon mal so ein bisschen angeguckt. Eben eine sehr gute Qualität. Und ich finde den Skin wirklich richtig cool. Und der Iguanodon ist sowieso ein richtig cooler Dinosaurier. Und jetzt noch mit den wundervollen Skins. Wir können auch mal einmal kurz das Ganze... Ja, wir warten mal, bis er oben ist mit dem Kopf. Sehen wir jetzt ein bisschen besser. Und jetzt können wir das Ganze mal pausieren und hier mal ein bisschen ranzoomen. Sieht schon schön aus. Naja, und ihr seht ja, es ist echt relativ hochauflösend. Also, ich habe schon noch Besseres gesehen von der Qualität. Obwohl, ach nee, es ist schon ziemlich, ziemlich gut. Also, viel besser geht gar nicht. Viel besser muss es auch gar nicht sein. Weil ich meine, so nah sucht man nie ran. Und selbst jetzt ist es noch ziemlich scharf. Und ich finde es wirklich cool. Also, der Skin sieht echt nice. Auch gerade auch hier im Kopf. Die Maserung und so mit diesen weißen Streifen. Ach, das ist schon schön. Dann hier diese dunklen Streifen da unter noch. Dann hier die hellere Haut. Ist schon echt cool. Und alle Skins sind so ungefähr in dem gleichen Motto. Was ist denn jetzt hier? Niedrige Gesundheit. Ach, ich habe hier noch betäubte Dinosaurier. I'm sorry. Egal, wir lassen mal den nächsten frei. Das ist Küstengebiet. Und dann werdet ihr auch sehen, der hat genau den gleichen Style so. Von den Streifen her. Allerdings in einer anderen Farbe. Das weiß ich, der ist hier gar nicht ganz gleich, der Style. Oh, ich dachte, die wären alle relativ ähnlich. Aber die sieht schon anders aus. Der mit den weißen Streifen war gerade noch ein bisschen krasser gestreift, glaube ich. Aber umso besser, wenn die sich noch ein bisschen unterscheiden. Der sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus. Jetzt läuft er gerade in den Schatten. Okay, dann müssen wir mal kurz warten. Ist ja immer das Gleiche, ne? So, jetzt ist er aus dem Schatten raus. Perfekt. Jetzt können wir uns auch den mal angucken. Auch ein mega cooler Skin, ne? Richtig cool hier oben am Kopf. Also das gefällt mir richtig gut. Richtig tolle Iguanodon-Skins. Hammer. Gucken wir uns mal die anderen auch noch an. Die haben wir nämlich auch hier vorne. Der ist so ein bisschen rötlicher. Der hat auch das oben am Kopf so ein bisschen. Der hier ist eher so goldgelben. Hat aber auch hier oben. Das sieht richtig cool aus an dem Kopf. Schaut mal. Bei dem ist das sogar so richtig lila am Strahlen. Das sind wirklich tolle Skins. Mal guckt euch die mal an. Ja, gefallen mir. Auf jeden Fall richtig gut. Hier haben wir auch noch weitere Skins. Hier ist auch nochmal so ein etwas gelb-grünlicher. Schaut auch richtig gut aus. Dann haben wir hier noch einen etwas dunkleren. Also mehr so schwarz. Und ganz leichte graue Streifen. Sieht auch cool aus. Und das ist hier der andere. Der hat aber wirklich eine andere Kopfmaserung von den Streifen noch. Ist aber auch der einzige. Oder? Ne, der hat auch diese. Und die haben teilweise dann dieses... Das finde ich cool. Also zwei von denen. Diese beiden haben hier diese Streifen am Kopf. Und die anderen haben alle so ein bisschen anderes Kopfmuster. Sind auf jeden Fall richtig coole Skins. Und für mich ein verdienter Platz 3. Und dann kommen wir auch schon zu meiner Top 2 Mod für diese Woche. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir sind wieder auf der Webseite. Heute sind wir relativ viel auf der Webseite. Aber das hat einfach damit zu tun, dass diese Mods einfach leichter zu erklären sind. Und zu zeigen sind, wenn wir das Ganze nicht auf der Webseite machen. Platz 2 ist die JP Challenge Mode Fix Mod. All Dinosaurs, All Genes, All Operations Research. In Klammern. Ist eine Mod, die für alle Leute sehr interessant ist. Die gerne den Challenge Mode von Jurassic World Evolution spielen. Könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. Habe ich eigentlich mal wieder Lust zu, muss ich sagen. Ist lange her. Das Ganze kann man natürlich auch in der Jurassic Park Ära spielen. Da hat man dann leider nur das Problem, dass man nicht alle Dinosaurier haben kann. Aus Jurassic World die Dinosaurier teilweise nicht. Und ja, halt nicht alle Gene bekommen kann. Und alle Research-Orte. Und genau das behandelt diese Mod so ein bisschen. Ist echt richtig, richtig cool. Also man kann hier wirklich dann viele Sachen erforschen. Ihr seht das hier schon ganz gut auf den Screenshots. Hier hat man dann das süße Männchen. Mr. DNA ist das, glaube ich. DNS. Was ist Deutsch? DNA? Desoxyreplonukleinsäure oder so. Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich glaube, DNS ist Deutsch. Mr. DNS. Und da kann man dann wirklich viel erforschen. Also diese ganze Seite ist neu. Ihr seht hier schon Fossil Access. Ich weiß gar nicht, sind das die normalen? Die man alle machen kann? Kann gut sein. Auf jeden Fall sind hier von dem Deluxe-Paket die dazu gekommen. Und diese ganzen DLC-Pakete kann man hier auf jeden Fall erforschen, soweit. Ich glaube, das war vorher auch gar nicht möglich. Ist auf jeden Fall richtig cool. Man kann hier wirklich alles erforschen, was man vorher halt nicht machen konnte, wo man so ein bisschen eingeschränkt war. Aber ich weiß gar nicht, ob das Ganze auch in Deutsch verfügbar ist. Ich glaube nicht. Also ich könnte mir, obwohl, müsste man mal austesten. Ich glaube, ich werde das gleich mal für euch nochmal ingame kurz anprobieren. Dann kann ich euch das nochmal eben mitteilen, ob das auf Deutsch verfügbar ist. Falls nicht, ist es halt ein bisschen doof. Aber vielleicht kommt dann ja auch noch die deutsche Unterstützung. Hier steht auf jeden Fall auch nochmal so eine kleine Beschreibung, was das Ganze macht. Also es fügt halt wirklich alle Dinosaurier hinzu, die man vorher halt nicht erforschen konnte in der Jurassic Park-Ära. Von den ganzen, ja, Kretatius-Pack. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch war. Carnivore-Pack. Das sind auf jeden Fall die ganzen DLC-Pakete. Trodon, Olorothiten. Die konnte man alle nicht in der Jurassic Park-Ära erforschen. Und diese Mod macht es möglich. Man kann jetzt wirklich alles bauen in dem Challenge-Mode in Jurassic Park. Und das finde ich immer cool. Ich finde solche Mods sowieso mal cool, die das Spiel halt verbessern und erweitern und neue Funktionen hinzufügen. Sowas finde ich immer toll. Und sowas gehört auf jeden Fall zu Ported. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Mod jetzt nochmal ganz kurz in-game an und schauen mal, ob das Ganze auch auf Deutsch funktioniert. Und da sind wir auch schon in-game. Und ich habe gerade schon nachgeschaut, das Ganze ist alles wunderbar auf Deutsch. Ganz normal, hat sich nichts geändert. Allerdings sind jetzt alle Forschungen verfügbar. Das heißt, man kann hier wirklich alle Fossilien erforschen, die man möchte. Das ging vorher in der Jurassic Park-Ära leider nicht. Aber jetzt hat man auf jeden Fall die Möglichkeit. Ihr seht hier, kann man wirklich aus jedem Paket alles erforschen und wirklich jeden Dinosaurier freischalten. Im Challenge-Mode finde ich eine richtig coole Sache. Und die haben auch noch ganz normal die Anforderungen. Ihr seht da jetzt zum Beispiel Inselbewertung auf einen Stern. Dann kann man erst den Iguanodon erforschen. Finde ich richtig, richtig cool. Und hier hat man auf der Expeditionskarte auch jetzt wirklich jeden Expeditionsort. Und den kann man auch jeden freischalten und somit auch jeden Dinosaurier sozusagen in seinem Park dann erschaffen. Finde ich richtig cool. Ist auf jeden Fall für mich ein verdienter Platz 2. Und schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr mal wieder Bock hättet, dass wir vielleicht in einem Livestream oder so mal den Challenge-Mode von Jurassic World Evolution spielen. Ich hätte auf jeden Fall mal wieder richtig Lust. Schreibt es mal in die Kommentare, falls genug Leute Lust haben. Können wir das Ganze ja gerne mal machen. Und dann kommen wir auch schon zu meiner Top-1-Mod für diese Woche. Und diese Mod heißt Beasts of Mesa Zwick Skin for Blackfrogs Styrakosaurus. Also das ist im Prinzip ein Styrakosaurus-Skin, der es mir wirklich angetan hat. Der sieht richtig, richtig cool aus und den werde ich euch auch gleich zeigen. Nochmal kurz zur Erklärung. Das Ganze ist ein Skin, der sozusagen auf einer anderen Mod basiert. Das heißt im Prinzip zeige ich euch jetzt so ein bisschen zwei Mods. Nämlich einmal Styrakosaurus-Paleontological-Selection. Die ist von diesem gewissen Blackfrog, der hat sehr, sehr viele Mods gemacht. Und mit dieser Mod oder auf Grundlage dieser Mod hat sozusagen jemand anderes ein Skin erstellt. Und deswegen gebührt heute eigentlich beiden Leuten sozusagen der Platz 1. Und ich lasse jetzt den Skin frei. Ich halte euch jetzt nicht länger hin. Er hat es mir wirklich angetan. Und schaut ihn euch aber an. Sieht richtig krass aus. Also ich finde, es ist immer echt schwer, mit so bunten und knalligen Farben zu arbeiten und dann noch einen schönen Skin hinzukriegen. Aber hier sind so viele Farben drin und es sieht einfach unfassbar gut aus. Und auch das Remodeling von dem Styrakosaurus, was ja von Blackfrog kommt, sieht verdammt gut aus. Die Hörner sind länger und spitzer. Und es haben sich einige Sachen geändert. Und ich finde einfach, es sieht so cool aus. Also wirklich. Das ist richtig, richtig nice. Ich hoffe, er läuft jetzt mal hier zur Seite. Ich platziere mal ganz kurz hier ein Futterspender. Dann können wir uns das Ganze nämlich auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Oh, das war falsch. Oh, hier sind Futterspender. Machen wir eben hier einen hin gleich, dass er hier mal irgendwo rüberläuft. Dann sollte das Ganze passen. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen gönnen den Skin. Da seht ihr einfach die Farben, wie schön die aussehen. Dieses knallige Rot. Dann ist hier so golden drin. Orange. Türkis. Grün. Also wirklich so viele Farben. Und das Ganze ist einfach so wundervoll abgestimmt. Also es sieht richtig cool aus. Ist ein ganz, ganz toller Skin. Gefällt mir richtig gut. Den werde ich auch auf jeden Fall installiert lassen. Ist natürlich mega auffällig. Deswegen wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Ich finde sowas auch immer schwierig, wenn man so knallige Skins macht. Aber dieser sieht einfach richtig gut aus. Also richtig cooler Skin. Gefällt mir richtig gut. Und auch das Remodeling gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, der sieht mega gefährlich aus mit diesem Horn. Also wir werden den auch, glaube ich, gleich nochmal kämpfen lassen. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan. Ich würde sagen, wir lassen nochmal ganz schnell einen zweiten Zweifel. Schauen wir uns das nochmal an. Und dann können wir den vielleicht gleich nochmal im Kampf sehen. Und dann haben wir es für heute auch schon wieder geschafft. Oder für diese Woche wieder geschafft. Mit meinen Mods der Woche. Ich hoffe, das Format gefällt euch noch. Falls ja, würde ich mich auf jeden Fall immer ein Däumchen freuen. Weil mir macht dieses ganze Modding für Jurassic World Evolution wirklich richtig viel Spaß. Also das ist eine der liebsten Sachen, die ich mache momentan. Diese Mods ausprobieren und euch vorstellen. Ich liebe Modding einfach. Egal in welchem Spiel. Ja, sieht mega aus der Skin, ne? Also finde ich richtig, richtig cool. Ich würde sagen, wir lassen jetzt nochmal einen Gegner für ihn frei. Und schauen uns dann diesen coolen Styracosaurus nochmal im Kampf an. Und da sehen wir jetzt nochmal zum Abschluss unseren wundervollen neuen Styracosaurus Skin. Hier im Kampf gegen einen Metriacanthosaurus. Und den sollte er doch locker schaffen mit den Spitzenhörnern und der tollen Farbe. Sollte er es doch hier hinkriegen, denke ich. Ah, der sieht echt cool aus, dieser Skin. Den werde ich auf jeden Fall installiert lassen und dann auch mal öfter in meinen Parks verwenden. Jetzt seht ihr gleich den Finisher. Achtet auf das lange Horn. Und da spießt er ihn auf. Ich finde, das sieht wirklich richtig cool aus mit diesen spitzen langen Horen. Und wie er auch oben seine Hörner auf dem Nackenkamm benutzt hat. Finde ich richtig, richtig cool. Ist für mich auf jeden Fall ein verdienter Platz 1. Und ich würde sagen, das war es für die heutigen Top 5 Mods für Jurassic World Evolution für diese Woche. Schreibt mal in die Kommentare, welche von diesen 5 Mods euch am besten gefallen hat. Und ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.